Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Zeichen der Dämmer-Lilie anzunehmen bei Phantyr in Suramar, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehmt die Quest gleich mal an. Nun darf ich gleich daneben dieses geisterhafte Zeichen hier anklicken, mit der rechten Maustaste. Ich muss nicht jetzt aussehen. Danke, ich danke euch für alles. Wir bringen Ihnen Sicherheit. Geht und meldet Talisra unseren Erfolg. Nun darf ich mich nach Shal Aran begeben, um die Quest abzugeben. Da könnte ich jetzt entweder meine Pfeife des Flugmeisters nutzen, oder ich laufe ganz einfach dahin. Ich weiß nicht, ob mich die Pfeife direkt dahin bringt. Könnte sein, dass sie mich auch zum Purpur-Digicht bringt. Deshalb laufe ich zuerst hier diese Stufen hoch. Das sollte genügen. Und nutze jetzt meine Pfeife. Ich glaube, da bin ich näher dran an Meredil. Juppie, hat funktioniert. Plan aufgegangen. Und dann laufe ich jetzt hier hinein, nach Shalaban. Kann euch auch die Map aufmachen, mit Koordinaten. Und dann ist die Quest abzugeben, bei Erste Arkanistin Talisra. In Suramar. An dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Eingang zu diesem Gewirbel habe ich euch ja gezeigt, beziehungsweise zu Shalaban. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao!